Hallö schon meine Freunde und herzlich willkommen wieder zu den East News Nummer 33. Heute weiß ich es mal mit mir und Sachsen-Netzplayer. Ja, in der Weihnachtswoche, es ist Weihnachten oder es wird bald Weihnachten sein in zwei Tagen. Hey, und trotzdem, ihr seht hier, die Stimmung ist nicht faros. Egal, würde ich sagen. Es gibt trotzdem viele neue Ankündigungen für heute. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich an mit der Kategorie Aktuelles. Und was gibt es Aktuelles? Und zwar, schon mal als kleines Geschenk für euch, gibt es diese Woche den Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer im Winter-Mod. Ja, mit dem Clicky zusammen von Montag bis Freitag. Ja, also fünf Folgen die Woche lang. Kommt das Ganze, weil es sich ja immer mal gewünscht wurde. Und da habe ich mir gedacht, komm, heute ist Christmas. Wir haben uns extra diese komischen Christmas-Paint-Gedöns da geholt. Und dass sich das dann auch ein bisschen lohnt, habe ich dann gesagt, komm, wir machen die ganze Woche durch. Beziehungsweise die ganze Werkwoche von Montag bis Freitag. Und tun euch damit einen kleinen Gefallen. Und ich hoffe, das wird euch gefallen. Wie gesagt, wir spielen da auch mal tagsüber. Also sprich, es ist genug auf den Straßen los. Das Klubbez-Bema-Blut-Hochdruck habe ich auch gekriegt. Auch zur Weihnachtszeit. Und da hoffe ich, damit ich euch da einen Gefallen getan habe. Ansonsten, im gleichen Zuge fällt aber diese Woche ein Projekt komplett aus. Und zwar, das ist das Codename-Community-Projekt, also CNC. Auf dessen Grund, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, das Ganze aufzunehmen. Und war jetzt auch nicht so, yay, so wirklich dabei. Allgemein, eine CNC muss ich ehrlich gesagt sagen, ich hatte diesen Monat einfach keine Zeit dafür. Es sollte ja schon Zeit anfangen, eine Zeit am 12.12. sollte ja 5.4 in der Web drauf. Wie gesagt, das ist leider nichts geworden. Dann ist ja uns der Rootserver von Trouffletown abgeschmiert. Und dann ging irgendwie Udlum eine ganze Woche nichts mehr oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging es dann irgendwie wieder. Aber ich komme, also gerade jetzt in den letzten zwei Wochen, komme ich definitiv zu nichts mehr an der Sache. Deswegen wird das ab Januar dann auch wieder aktiver angenommen. Weil ab Januar so ungefähr dieses Ganze wieder etwas ruhiger wird. Und da hoffe ich, dass ihr das mir verzeihen könnt. Und im Allgemeinen wird es im LS ein bisschen eine Konzeptumstellung geben. Habe ich ja schon letzte Woche gesagt. Was dann auch ab Januar fortfahren wird. Wir versuchen das Ganze halt mit ein bisschen mehr Mods zu machen. Problematisch ist gerade zum Beispiel im LBT. Wir können zwar Mods unmas mit reinnehmen, ohne Frage. Aber wir haben ja nicht die Kohle dafür. Deswegen würde ich sagen, wenn wir dann den nächsten Mapwechsel machen, dass wir uns schon von vornherein Aufgaben stellen. Das ist so die Idee dahinter. Wir haben eine Map. Wir haben auf der Map Mod XYZ. Und wir stellen uns eine Aufgabe, dass man bis Folge da und da das und das erreicht haben muss. Und das muss man erreichen, so im Endeffekt. Und da hat mir, ich weiß gerade nicht, wer es mir in den Kommentaren geschrieben hat, der hatte diesen Vorschlag so ungefähr gemacht. Da danke ich dir sehr viel dafür. Das werden wir definitiv umsetzen. Im LBT können wir es umsetzen. Im Forst brauchen wir es aktuell noch nicht umzusetzen, weil da haben wir ja sowieso so oder so genug Abwechslung drinne. Und im Project Farmer muss ich mal mit den Jungs reden. Es sind ja erstmal 100 Parts of Björnholm im Allgemein geplant. Mal gucken, wie das mit dem Project Farmer weitergeht. Vielleicht kommen ja auch noch neue YouTuber dazu. Wir haben ja die Juleschen haben ja drinne. Wir haben jetzt HP drinne. Muss man mal gucken, dass man vielleicht auch, ich nenne es mal einfach Leute, die mit der Thematik noch gar nichts zu tun haben, einfach mal mit reinnehmen und denen mal zeigen, hier gucke mal, das ist trotzdem schön. Ja, und wie gesagt, müssen wir im Allgemein mal gucken, wie sich das so entwickelt. Wir hatten ja Harry, hier hatten wir schon drinne. Ich denke mal, Harald wird es nicht mehr mit reinkommen. Garteroll wäre immer noch mein Wunsch. Ousterprober wäre immer noch mein Wunsch ohne Frage, dass einer von den Beten vielleicht auch mal mit dabei ist. Es wäre einfach mal geil, wenn man da einfach mal über die Themen quatschen könnte. Weil gerade Ouster hat Ahnung, mega viel Ahnung von der Sache. Gar, das sage ich mir immer aus Prinzip. Aber ich habe es ja schon mehrmals gesagt, es ist manchmal nicht ganz so einfach, was ich schade finde. Aber okay, ich akzeptiere das Ganze ja. So, ansonsten geht es mit der Hunter Primal weiter. Wenn das einige von euch noch nicht gehört haben, der Hunter Primal ist das neue Spiel von den Hunter Entwicklern und dreht sich so halbwegs wie der Hunter. Es geht um Überleben. Also das ist, im Grunde und Ganzen kann man sagen, das ist der Hunter mit Dinos. Nur, dass die Rolle, wir jagen Tiere, diesmal umgedreht ist, denn die Tiere jagen uns. Also wir starten in einer 27 Quadratmeter großen Welt, ist das. Und da sind überall Dinos. Wir haben am Anfang Pfeil und Bogen und irgendwie so ein Kartenfragment oder so, wo dann uns irgendwas auf der Karte angezeigt wird. Überall auf der Karte sind Kisten verstreut, da können Heiltränke drin sein, Waffen oder sonst sowas. Und wir müssen halt überleben. Das ist das Ziel. Wollte ich eigentlich mit Glickiger Links im Together machen, denn ich habe das Spiel, Glickiger hat das auch, wir haben das damals am 15., wo das in Early Access rauskam, sofort gekauft. Man muss aber feststellen, dass es für Early Access, was im Übrigen 20 Euro kostet, und dann so das Hosting, das funktioniert noch nicht irgendwie. Also bei vielen geht es, ja. Aber bei uns geht es irgendwie nicht. Also wir haben die ganzen Ports schon freigegeben und es funktioniert trotzdem nicht. Also das ist ein totaler Sackgang, sage ich euch. Und du musst da 1000 Ports in der Fritzbox freigeben, wo ich mir so denke, da kann ich auch den Firewall und alles gleich deaktivieren, wenn ich so viele Ports freigeben muss. Deswegen warten wir einfach da, dass das über UPNP automatisch funktioniert oder dass die Dedicated Server bekommen. Auf jeden Fall nicht, dass man so einen Schruz machen muss, ja, und da alles freigeben muss. Da weiß ich auch, dass an den Spielen allgemein da Luftleiter Interesse hat und so, dass man da was zusammen macht. Aber dafür muss es erst mal funktionieren, ja. Wenn ihr aber wollt, könnt ihr doch schon mal einen Singleplayer davon starten oder einen Heiden-Together, aber halt auf irgendeinem Sofa, der halt offen ist. Das müsst ihr mir sagen. Da werde ich da mit Klicke was machen. Aber als nächstes der Feuerwerks-Simulator von Iwiko. Der kam ja Anfang Dezember, Ende November, Anfang Dezember kam der ja raus. Ich habe den mir damals auch geholt. Und ich denke mal so, Mini-Let's-Play 6 Folgen werden da maximal kommen. Ich werde das wo ab Wochenende, vielleicht ab Samstag starten, bis dann zu Silvester halt hin. Weil ganz ehrlich, so viel gibt es ja nicht zu tun. Wir haben da zwei Schauplätze, ja, was wir hochschießen können, so auf Deutsch übersetzt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, man muss sich mit der Materie auch nicht auseinandersetzen, denn man nimmt diese Feuerwerkskörper, platziert die auf der Stelle hin, geht in den Sequencer rein, schiebt das alles in diesen ganzen Listen so hoch und runter und zündet dann ab. Man muss da vielleicht ein bisschen Gefühl haben und so vom Timing sagen können, hm, okay, so wartet. Zuerst kommt das, so das und dann kommt das lange und entlang soll das schon mal vorzünden, dass das dann so kommt. Es ist simpel gehalten. Es wird wenig erklärt, auch gut für ein Spiel für 10 Euro. Was will man da mehr erwarten? Hat denke ich mal die Lizenz mehr gekostet wie alles andere. Und deswegen kommt das dann sechs Folgen maximal ab Wochenende gestartet. Der Großwerksfeuerwehr-Simulator von Iveco. Ansonsten Weihnachtsgameplays. Es gibt ja all die Jahre wieder so Santa, Christmas, X, Metal irgendwie sowas in der Richtung. Habe ich schon 2012 bis 2013 gezeigt. Vielleicht werde ich dieses Jahr auch noch mal zeigen. Das sind einfach so Weihnachtslieder als Metal-Version. Und wir müssen dann halt über die Tastatur halt immer so knappe drücken, dass wir da den Takt treffen und dadurch kriegen wir Punkte. Mal gucken, ob ich das mal bringe, weil ich noch mal gucken muss, wie sich das da klar bei der Gamer-Fall. Aber ich glaube, das ist für Gamer-Frei, wenn mich da nicht alles täuscht. So, ansonsten sind wir da mit allen eigentlich durch. Live-Streams. Live-Streams. Und zwar 24, 25, 26, 31. Die drei Tage, beziehungsweise die vier Tage können Live-Streams kommen. Es kann auch die Woche schon immer mal spontan in Live-Stream kommen, wohlbemerkt. Am 24. wäre ich wohl ein Live-Stream machen. Fly-ETS, ganz unverhofft, unkompliziert. Aus dem einfachen Grund heraus, ich feiere Weihnachten nicht so wirklich. Deswegen werden wir einfach Live-Stream machen. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute da sind, weil, sagen wir mal so, feiert ihr mit eurer Familie mal, wenn ihr da so geliebt seid. Ich werde dann halt einfach so und bin Live-Streams. Wer halt da ist, ist halt da. Ansonsten am 25, 26, also erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, möchte, Entschuldigung, möchte der Tino mit streamen. Da werden wir eventuell an den einen Tag LS machen, an den anderen Tag The Crew. Aber da werdet ihr noch mal separat informiert. Und am 31. Sprit des Silvester weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was ich mache. Also ich will eigentlich nicht knallen. Ich könnte aber theoretisch knallen. Ich bin da aktuell irgendwie so unentschlossen, sage ich mir da. Deswegen weiß ich das noch nicht. Da werde ich euch noch informieren. So, ansonsten sind wir da jetzt aus der Kategorie Aktuelles raus und wir switchen da mal zur Kanalentwicklung mit Übergang of the Doom. Übergang. Jo, wie sieht es aktuell aus? Wir haben in den letzten 28 Tagen 740.000 Klicks gemacht und rund 1.500 Abos. Das ist natürlich allgemein vom November her gesehen ein Rückgang, aber der November war auch der krasseste Monat ever. Und mit fast 980.000 Klicks war das wirklich der krasseste Monat ever. Also was im Dezember natürlich wieder leicht zurückgehen wird, war mir ja bewusst. Aber ansonsten muss ich mich bei euch so oder so bei vielerlei bedanken. Wenn ich mir die App-Log-Rate ansehe, die ist relativ niedrig. Wenn ich mir im Allgemeinen die ganze Interaktion auf den Videos angucke, bin ich eigentlich sehr zufrieden auf euch und muss mich wie gesagt auch immer wieder bedanken. Ihr bringt mich wie gesagt meinen Wunsch immer einen Schritt näher. Wir sind ja dann sowieso ab Januar wird das Ganze ja sowieso nochmal ein bisschen umgemudelt von der Geschäftsebene her. Gewerbetechnisch und alles. Kann ich euch dann nochmal mehr von mir wenn es soweit ist, bevor ich jetzt was Falsches sage. Und ab August soll das Ganze dann ja sowieso komplett auf eigenen Füßen stehen. Aber da muss man halt alles abwarten. Wie sich das entwickelt. Wir müssen halt gucken wie sich das 2015 im Allgemeinen sage ich mir da immer entwickelt. Es kann so kommen. Es kann doch alles vorbei sein. Man weiß es nicht so genau. Aber wie gesagt ich danke vielmals euch dass ich mich unterstütze. Ihr könnt mich ja wirklich wie gesagt in dem Sinne kostenlos unterstützen. Den ja die Videoschau den ja den scheiß Applogger ausmacht. Den ja halt ich nenne es mal die Werbung ertragt. Und ich sage mal so die Werbung ist noch alles sehr angenehm. Wenn man es mal so nimmt. Man kann ja alles überspringen. Et cetera pp. Und einfach kann man es nicht haben. Ich kann dir auch immer dazu sagen weil ich schon welche jetzt beim Teamsweeks gehabt habe. Ja ich habe meinen Applogger am Rand. Ich vergesse ja fast auch so mal. Es ist so schön und gut. Aber man kann nicht auf der einen Seite sagen ich finde es geil ich unterstütze ich und auf der anderen Seite mache ich einen Applogger an. Oder lass ihn an. Also das ist ein Widerspruch in sich. Aber okay würde ich sagen und sind wir mit der Kanalentwicklung auch schon fertig und switchen dann mal schnell in die Community Sektion. Achtung Community Sektion. Unglaublich. Hier nur drei kleine Ankündigungen. ETS Konvoi ETS 2 Konvoi wird es geben ab Januar. Ich werde mich da mit der Konvoi wie gesagt zusammensetzen. Ich werde mich da melden Jungs ich melde mich und da werden wir irgendwas ausmachen zwei Wochen vorher und dann oder in der Woche vorher was bis ich und dann werden wir da denke ich mal irgendwas auf die Beine kriegen denn ich will weder dass das Spiel irgendwie darunter leidet noch will ich dass ich andere andere Spieler also Spieler die halt einfach fahren an den Tag oder zu der Zeit irgendwie verhindere behindere oder sonst was deswegen muss man das mal gucken werden wir das so alles ein bisschen kleiner aufziehen dafür halt mehrere Konvois. Zum zweiten Thema die Fankarten ich habe letzte Woche Freitag die letzten 14 verschickt es waren irgendwas mit 50 im Posteingang drin wie gesagt ich konnte leider noch 14 abarbeiten die neuen Karten kommen im Januar erst an weil wie gesagt dieses Jahr geht gar nichts mehr der Zug ist abgefahren von den Lieferdaten her und alles die Karten haben dann ein neues Design also das was jetzt hier bei mir im Kanalbanner oben drin ist das mit Facebook und Dings was ihr von Twitch so kennt das wird dann halt das neue Design sein das kommt dann ab Januar sprich so Mitte Januar Ende Januar werden dann die nächsten wieder rausgehen deswegen wenn ihr wollt halt wie gesagt die E-Mail-Adresse Code nehmen Code nehmen ne Quatsch Community minus Aktion der Sachsen-Netzbeier.de alles Videobeschreibung einfach E-Mail senden und da halt Name, Adresse und Land wenn ihr nicht aus Deutschland kommt schreiben und dann wird das alles erledigt wie gesagt es bleibt weiterhin kostenlos für euch ja ihr braucht weder Versand zu zahlen noch braucht ihr die Mehrkosten ich zahle alles ich zahle das Porto ich zahle die Mehrkosten für Briefumschläge und ich zahle allgemein den Druck dieser Karten weil ich kann es euch mal so sagen 1000 solche Karten kosten mich 49,98 und das ist was steht da irgendwie da 6 Cent 5 bis 6 Cent ja kostet da eine so eine Karte ja im Materialwert ja und dann da verlangen da ist mir das ein Unding wie ich da 1 Euro pro so eine Karte verlangen kann ja also es gibt die tollsten Dinger sag ich mir da es gibt da wirklich die YouTuber mit den tollsten Dinger also 1 Euro pro Karte das ist das muss noch mal eine Relation 50 Karten 50 Euro und da kann ich 1000 Karten dafür drucken also das werdet ihr bei mir nie haben ich werde euch nie das Geld aus den Taschen leiern wollen grundlos sinnlos werde ich von euch nie irgendwie Geld betteln oder spendet hier spendet dort spendet jenes wird es nie bei mir geben nie Grund also was hieß man soll ja nie nie sagen ich sag mir aber immer es wird nie ohne Grund irgendwie sein oder irgendwas sinnloses sein und es gibt genug sinnlose Dinger gerade über die weihnachtsteite man sieht es ja etliche machen videos auch hier obdachlosen schenkt mal was ja macht man das andere jahr über das auch ne aber zur weihnachtsteite zur weihnachtsteite muss man alle schenken jeder da muss man hier eine spendenaktion das Leben rufen da eine spendenaktion denn wir sind ja gut Menschen wir sind ja wir sind ja richtig gute Menschen sind wir abfuck ich sag mir immer abfuck das ganze Jahr gegenüber nur noch mal kurz das ganze jahr gegenüber greifen sich die Menschen an sie führen kriege sie hassen sich sie machen konkurrenz krank gegen sich ja aber zu weihnachten da sind wir alle eins zum letzten fan treffen ja das fan treffen wurde ja schon öfters angekündigt ich werde das versuchen zu organisieren ich werde eine planung rausschicken das werden wir nächstes jahr irgendwann machen wann weiß ich nicht ich denke mal im frühling wenn es wieder wärmer draußen wird wo das stattfinden wird wie viele kommen was wir machen und so weiter und so fort kann ich noch nicht sagen ich finde aber schon mal gut dass er gesagt hat ja ihr habt prinzipiell interesse daran das ist gut da werde ich was planen und weitere informationen folgen dann wenn es soweit ist sage ich mir da so ansonsten sind wir aber eigentlich mit allen durch ich wünsche in dem Sinne eine schöne Woche euch beziehungsweise ab 12.30 Uhr geht es dann los mit Theme Breakdown die letzte Part mit neuen Let's Playern wenn euch solche Themenrunden im allgemeinen gefallen werde ich bei den Projekten auch aktiver teilnehmen kam ja eigentlich relativ gut bei euch an und ich wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Montag neun neun interessante Projekte warten heute auf euch also neun Videos vielleicht kommt da noch ne Modsvorstellung mal gucken vielleicht geht da morgen Modsvorstellung weiter ich danke erstmal fürs Zuschauen wir sehen uns dann ja gleich wieder würde ich sagen bis denn hauterin Peace und out Tschüss bis denn Vielen Dank.